Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, heute QDU8.1 und ja Leute, danke erstmal für die 7343 Abos, ein riesiges Danke hierbei an alle Stream-Zuschauer, die aktiv waren, alle Stream-Mods, das hier ist mein 10k-Pack, Leute, und ihr seht, oh mein Gott, what the fuck, Feuerstein, Junge, was ist mit deinen Pack-Designern los? Ja, denke ich mir halt auch so, denn dieses Pack ist einfach wunderbar, Leute, es ist wunderbar, macht die 10k bei mir vor, ihr kriegt das Pack zu sehen, ich release es, ich mach dann später nochmal ein Preview demnächst, und wir haben hier einen schönen Range-Checker, perfekt, erstmal reporten auf jeden Fall, Range, verstanden, und zack. So Leute, Dinge wie Endstone und Rüstung sind nur nicht bearbeitet, und Dinge wie, naja, ich sag mal, G.O.I. und so, es wird noch alles überarbeitet, keine Sorge, Leute, ist noch alles Paletti, ne? So, und hätte er keine Range, hätten wir ihn jetzt bekommen, jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir vor gegen den Typen? Weil eigentlich würde ich voll gerne jetzt gewinnen, weil das schon wieder super Anfang war, wie ich alles angesprochen hab, ja, ich geh grad meine Gedanken per, oh mein Gott, ja moin Hack, halt noch mehr rein, Freundchen. Ja, sonst alles okay, ne? Ah, ist doch super, ich hab trotzdem noch, super Leute, also, er wurde wohl gebannt, dann gerade Live-Packer in der Aufnahme gebannt, mhm, perfekt. Auf jeden Fall, Leute, wie findet ihr das Pack, schreibt's in die Kommentare, einige Sachen sind noch ein bisschen zu dunkel, ich hab's eben dem Designer von Pack, aka NextHoney, schon mitgeteilt, und, ja, Leute, ihr werdet dann auf jeden Fall, äh, auf neuestem Stand gehalten von mir, mit Hilfe von Videos, oder wat, weiß ich, werden wir noch nicht auf Twitter-Folge vorherstellen, YouTube, auf Twitter, alle Folgen, danke sehr. So, für alle, die es noch nicht wissen, wann ich immer streame, es kam schon öfter mal die Frage, ich streame immer am Wochenende, ähm, ja, wenn ich am Wochenende mal nicht streame, sorry, ne, aber dann hatte ich wohl keinen Bock, denke ich mal. So, und, da ist der Mini auch down, so, weiter geht's, Leute, da hinten ist Team Schwarz, haben wir schon zwei Kills, auf jeden Fall nice, äh, ja, Leute, ich bin momentan übel im Skyros-Hype, ich würde mich übel freuen, wenn ihr mal auf iohub.net joint, der ist gerade in Aufbau, und der hat wenig, äh, wenig positive Kritik bekommen, was ich ziemlich schade finde, so, und deswegen könntet ihr mal bei denen, äh, vorbeischauen, auf jeden Fall, denn da ist ziemlich viel Arbeit, äh, drin reingesteckt worden, und ziemlich viel Zeit investiert worden, und Zeit soll entlohnt werden, und z.B. investierte Zeit, boah, vor allem, vor allem, das Ding ist halt, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber iohub, äh, ist ja all, all in one hub, und da gibt's halt alle Modi, die man sich so vorstellen kann, in der Szene, und, ja, da gibt's z.B. Laser-Attack, was ich übel heftig finde, und das würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ihr den Server supporten würdet, ich werde da auch Videos drauf machen, wahrscheinlich, neben Ravion, Kyodo und Nerox Vails, und, ach, habt ihr nicht gesehen, so, wir haben noch zwei Core-Apps, bedeutet, wir können jetzt assi vorgehen, einfach uns easy hier durchbauen, außer wir sind dumm, ich hoffe, wir sind nicht dumm, mein Bett ist weg, nein, wow, grüße gehen auf jeden Fall an, der Skin, ja moin, grüße gehen an, der Reduce heraus, auf jeden Fall, Leute, der hat mich hier schön erkannt, und, ja, Leute, wie findet ihr das Pack, schreibt's mal in die Kommentare, würde ich einfach mal sagen, und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, über eure positive Kritik, oder negativ, sagt's mir einfach, ich setze die Sachen um, solange es mir noch gefällt, und, wenn ihr euch jetzt fragt, hör, wieso hat vorher schon seine Sachen da, hier, so komisch links, liegt an meinem Stream overlay, ich finde es gar nicht mehr so scheiße, ich lasse es jetzt auch so, alle, die sagen, es ist hässlich, dann einfach abschalten, Pech gehabt, haha, und, ja, Leute, ich bin auf jeden Fall schon extrem dankbar, dass das so momentan, ja, so gut läuft, einfach, ich hab so einen kleinen Hype auf YouTube, in Klammern 100 Abos pro Tag, und, ist einfach scheißegal, und, ja, Leute, einfach danke an jeden, der mich auch supportet, einfach danke an Z-Hype, danke an Batscaven einfach alle, so, die mich so potten, wenn du das hier siehst, Batscaven, na, Grüße an dich, ähm, du hast mich in letzter Zeit zwar abgefuckt, aber hast dich doch wieder von Falten gewissert, finde ich auf jeden Fall scheiße nice, ich weiß, dass du es bist, zu spät genickt, da hat er mich erwischt, so, bei mir ist irgendwie die Weltwerkrip, auf jeden Fall, mal gucken, ich glaube, wenn ich hier Sachen abbaue, bekomme ich das eh wieder, also die Welt, warte mal, ich kann auch einfach Blöcke setzen, oder? hmm, ja, das geht, ich muss einfach auch unsichtbare Blöcke, irgendwie schon mit Lack was setzen, ähm, ja Leute, auf jeden Fall, bin ich übel hyped auf den Release von IO Hub, ich werde da auf jeden Fall auch supporten und mit am Start sein, Leute, wenn ihr mich da sehen wollt, schreibt's mal in die Kommentare und kommt auch auf den Server, auf jeden Fall, würde mich freuen, so, und da haben wir mal schön, äh, Lack gehabt, weil der hätte uns easy runterstormen können, aber hat er irgendwie nicht geschafft, Grüße auf jeden Fall an Reducer, oder an der Reducer, du bist im Video, fühl dich geirrt, ne? Ach, der Typ ist runtergejumpt, ja moin, lass mal hier drin gammeln, erst mal warten, bis der Typ kommt, haha, da hab ich'n, da hab ich'n ausgetrickst, hier, bin schon krass, ne? Und jetzt holen wir uns in sein Bett, zack, so, Leute, das hat er dumm gespielt, aber, äh, natürlich auch Grüße an dich, ich liebe meine Community einfach, dass es momentan so schnell geht, und damit würde ich sagen, haut rein, wenn's euch gefallen hat, dann lass ein Like da, schaut bei Agrabnet vorbei, und wenn nicht, dann schaut bei Nexhadi vorbei, tschau! Outro